VIP Affiliate Club Erfahrungen Ja hallo und servus und in dem Video möchte ich da meine Erfahrungen mit dem VIP Affiliate Club 3.0 nach 20 Wochen weitergeben. Und zwar habe ich diesen Kurs schon 2011 in der Version 1 gekauft. Mittlerweile hat er jetzt letztes Jahr, also Ende 2017, das dritte große kostenlose Update erhalten. Und ich habe jetzt 20 Wochen vor dem Kurs durch und möchte da ein kurzes Review drüber geben, ob der Kurs für dich was ist oder nicht. Du findest dann unter dem Video den Link. Ich habe da einen Sonderteal ausgehandelt, du kriegst den Kurs zum Sonderpreis. Außerdem, wenn du den Kurs über meinen Link kaufst, dann habe ich noch eine Bonusüberraschung für dich. Die verrate ich dir aber jetzt am Ende des Videos. Ich bin da jetzt im Kurs eingeloggt, das heißt, wenn du dich eingeloggt hast, du siehst einmal da die Übersicht mit der Begrüßung. Dann, es war erst vor zwei Tagen ein Live-Training, das heißt, alle sechs Wochen ist da ein Live-Training dabei. Da kann man dann Fragen stellen, das ist schon einmal eine ganz coole Sache. Da kann man im Chat dann immer Fragen stellen. Und beim letzten Mal war eine coole Traffic-Strategie, die da erklärt worden ist. Dann ist es so, der ganze Kurs ist auf vier Quartale aufgeteilt. Ich habe schon ein Video gemacht über das erste Quartal. Das gebe ich da unten rein. Da möchte ich jetzt gar nicht so viel mehr drauf eingehen. Nur ganz kurz zeige ich dir das dann gleich. Dann hast du eben das zweite Quartal, das dritte und das vierte Quartal. Weil im Endeffekt ist der Kurs eben so aufgebaut, wie wenn du ein Haus baust. Das heißt, in den ersten drei Monaten geht es darum, ums Fundament. Es ist wichtig, dass du ein stabiles Fundament hast. Da muss ich immer an die Geschichte mit den drei Schwendeln denken. Die kennst du sicher, wo eben drei Schwendeln ein Haus bauen. Der eine baut ein Strohhaus, der andere baut ein Holzhaus und der letzte baut ein Steinhaus. Und die Geschichte ist dann so, dass eben der böse Wolf das Strohhaus und das Holzhaus ihm verblasst. Und mehr oder weniger beim Starrhaus beißt er sich die Zähne aus. Und so soll es natürlich auch im Online-Business sein. Die meisten Kurse, die es da gibt unter 100 Euro, sind eher so aufgebaut, dass du eben da kein stabiles Fundament hast. Du kannst natürlich mit diesen Kursen auch Geld verdienen. Das ist schon klar. Und vom Preis-Leistungs-Verhältnis her sind sie auch meistens ganz okay. Nur wenn ich jetzt schaue, es ist jetzt gerade ein Update gemacht worden bei Facebook-Ads. Und zwar darf man da wieder gewisse Sachen nicht mehr bewerben. Und wenn du die dann zum Beispiel nur auf diese eine Quelle, diesen einzeigen Traffic-Strom verlassen hast, dann kann da passieren, dass eben dein Einkommensstrom von heute auf morgen eben versiegt. Und ganz anders ist es eben beim Wipe-Fillet-Club, weil du lernst da die verschiedensten Traffic-Strategien kennen. Natürlich geht es jetzt im ersten Monat einmal hauptsächlich darum, wenn du jetzt einmal weiterklickst. Weiterklick, kurze Einführung natürlich, dann gibt es Tipps zum Mindset, was ist Affiliate-Marketing, die ganzen Grundlagen. Dann ein sehr wichtiger Punkt ist natürlich die richtige Organisation. Das ist das A und O, dass man von Anfang an eben das gut einteilt, weil die Wochenlektionen sind schon so, dass du eben eine Woche brauchst, bis du die ganzen Sachen umgesetzt hast. Dann in der ersten Woche geht es eben darum, über die Nische, ob die Nische, welche Nische die richtige ist. Dann geht es weiter zu Domain und Webspace anmelden. Ja, ganz cool ist, in Woche drei kriegst du ein Gratisgeschenk dazu. Und zwar wird ja das ganze System und das ganze Fundament eben läuft eben auf WordPress. Das heißt, du setzt einen WordPress-Block auf und da braucht man natürlich dann ein dementsprechendes Siem. Und so ein Siem kostet gleich einmal 100, 200 Euro. Du kriegst eben da als Geschenk eben drei Siems dazu. Und die ganzen Plugins, was es dazu gibt, das hat alleine einen Wert von 228 Dollar im Jahr. Und zwar würdest du, wenn du das selber kaufst, jedes Jahr zahlen. Und das ist da jetzt eben als Geschenk dabei. Ich zeige dir das ganz kurz und zwar bin ich da jetzt auf mein Projekt eingeloggt schauen. Und wenn ich da auf Designs gehe, siehst du zum Beispiel schon, dass da alleine ich zehn verschiedene Siems dabei sein. Also die sind wirklich alle auch optimiert, damit du eben Affiliate-Marketing bzw. überhaupt Internet-Marketing auf deiner Seite machen kannst. Und wenn du dann noch schaust, wenn ich da auf das Dashboard gehe, es sind da einige Plugins dabei. Und das ist jetzt eigentlich schon einmal ganz wert. Das ist eigentlich ein super cooles Geschenk. Ja, dann geht es weiter zum Lead-Magneten. Du erstößt den Lead-Magneten, wenn ich das jetzt anschaue, in meinem Projekt, wie das jetzt ausschaut. Und zwar mein Thema ist bei der Nische Geld sparen und trotzdem gut leben. Das Projekt habe ich schon länger am Laufen, aber jetzt mache ich nochmal einen Restart und setze das Ganze jetzt dann nach der neuesten Strategie von Ralf Schmitz um. Und so eine Landingpage zum Beispiel schaut dann so aus. Und das lernst du eben auch, wie du das erstößt. Dann Content-Mindestanforderung, Refinanzierungsprodukt, wie du dann eben so Blogartikel aus Audio vorbereitest. Dann wird da der Blog installiert und das sind eigentlich die Grundlagen, was du dann da hast. E-Mail-Marketing wird da dann ganz gut erklärt. Das ist ein Klick-Tipp und Quenten. Da gibt es auch dann ein spezielles Angebot, weil das Geld liegt in der Liste. Ja, und dann schauen wir uns jetzt das zweite Quartal an. Und zwar ist es dann jetzt schon das Erdgeschoss. Da geht es jetzt dann nochmal ums E-Mail-Marketing. Dann, was ein sehr wichtiger Punkt ist, ist eben Zahlen, Daten, Fakten. Und zwar musst du deine Zahlen kennen, du musst deine Conversion-Raten kennen. Und das wird da in der Woche 15 dann erklärt. Dann Woche 16 geht es eigentlich um Traffic. Woche 17 auch, wie du mit Instagram richtig arbeitest. Dann in der Woche 18 werden da auch zwei coole Traffic-Strategien vorgestellt. Und Woche 19 hast du dann die Lied-Explosion. Und Woche 20, da bin ich jetzt, ist wie du Traffic mit Testimonials generierst. Und wenn ich da jetzt nochmal zurückgehe, damit du siehst, wie die einzelnen Aktionen eben aufgeteilt sind. Gehe dann nochmal zurück. Da dauert ein bisschen, bis er das aufmacht. Wenn ich jetzt zum Beispiel da hergehe zu der Grundlagennahme. Das heißt, der Kurs oder die Wochenaktionen sind dann immer so aufgeteilt, dass du da jetzt eben Video 1 hast. Du hast, was ist Affiliate-Marketing, dann die Definition, dann hast du da immer PDFs zum Downloaden. Wie funktioniert Affiliate-Marketing? Das heißt, du kriegst wirklich da von der Pike an alles klärend. Und dann speziell jetzt im zweiten Quartal, dritten, vierten Quartal, kriegst du Insider-Strategien, die nicht einmal Internet-Marketing-Profis da oder verwenden. Und da kannst du wirklich einiges davon umsetzen. Wenn du jetzt mein Projekt jetzt nochmal anschaust, das verlinke ich da unten auch nochmal. Das heißt, du siehst, ich habe das da jetzt mit dem Siem umgesetzt. Was jetzt natürlich jetzt mein Bonusgeschenk ist, du siehst, bei mir ist jetzt alles in Deutsch. Normalerweise ist es so, wenn ich da jetzt zum Beispiel da herklicke, dass DriveSims in Wirklichkeit in Englisch ist. Das heißt, du siehst da, du bist hier, das habe ich schon hier reingeschrieben. Das steht normalerweise da alles in Englisch. Und sehr viele Sachen, wie da unten, schauen wir mal kurz weiter. Da über den Autor, das würde ja auch in Englisch sein, verbinde dich mit mir. Das würde alles in Englisch sein. Ganz unten auch steht das Ganze in Englisch. Und ich habe da ein eigenes File gemacht. Das heißt, eine deutsche Übersetzung und einen Videokurs, wie man überhaupt so ein Siem übersetzt. Wie man das ganz einfach übersetzt. Und wenn du den Kurs über meinen Link unten kaufst, dann schenke ich dir dieses File. Das heißt, du kannst dann auch deine Webseiten in Deutsch machen. Es gibt nämlich Programme, beziehungsweise ein Übersetzungsfeil zu kaufen. Es kostet 200 Euro oder 150 Euro. Und ich habe aber die wichtigsten Punkte, die man so sieht, damit der Webseiten professioneller ausschaut, in Deutsch übersetzt. Und dieses File schenke ich dir. Ich schenke dir sogar ein Übersetzungsfeil für OptimizePress dazu. Und erkläre dir dann in dem Kurs auch, wie du das Ganze eben auch mit Plugins machen kannst. Das heißt, wie du auch Plugins übersetzen kannst. Es gibt halt viele gute Tools. Die sind halt leider nur in Englisch. Und da zeige ich dir das, wie du das Ganze umsetzen kannst. Klicke jetzt einfach unter dem Video auf den Link. Bestell dir den Vipa Filet Club. Wenn du von der Pican lernen willst, wie man Filet Marketing betreibt. Der Kurs, weiß ich, ist jetzt nicht ganz günstig. Aber ich habe da für die nochmal einen Spezialpreis drinnen. Es ist halt doch eine 12 Monate Ausbildung. Und sehr, sehr umfangreich. Und nicht so ein Larifari-Kurs, wie halt viele angeboten werden. So 50 bis 100 Euro Kurse sind meistens sehr, sehr oberflächlich. Und da lernst du wirklich von der Pique an, wie das Ganze geht. Wenn du dann den Kurs über meinen Link gekauft hast, schick mir einfach über das Kontaktformular, das gebe ich dir dann auch unten rein, den Screenshot. Und ich schicke dir dann die Zugangsdaten zu meinem Übersetzungsfeil. Hast du noch Fragen, dann poste einfach unten ins Kommentarfeld. Ansonsten wünsche ich dir einen wundervollen Tag, maximalen Erfolg. Tschüss und Servus. Tschüss und Servus. Tschüss. Vielen Dank.